Du hast so schöne Haare. Ich bin der Klaus. Was? Ich bin aus dem Schwarzwald und suche meine bessere Hälfte. Oh Gott. Du siehst wunderschön aus. Ist das eine Schwarzwälder Kirschtorf? Ja. Wenn ich mich geschwind vorstellen darf, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Zahne schlagen. Das macht mich auch richtig scharf. Da durfte man nicht lange drauf schauen. Das war gefährlich. Will einer von euch vielleicht die Kirsche auf meiner Torte sein? Doch, ich möchte gerne. Ehrlich? Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Die Torte hat sich dann mehr für Caroline interessiert.